und eines der schönsten Königsgräber gewesen sein muss. Räuber waren schon seit den frühesten Tagen königlicher Grablegungen in die Gräber eingedrungen. Sie arbeiteten meist in Banden und bestachen manchmal die Wachen. Noch öfter brachen sie einfach nach politischen Unruhen in die Gräber ein oder wenn die Bedrohung der nationalen Sicherheit diejenigen ablenkte, die für ihren Schutz zuständig waren. Bis auf diese wenigen Stücke ist Ramses großer Grabschatz verschwunden. Aber wie durch ein Wunder blieb Ramses Mumie erhalten. Die Priester, die Mumien von Pharaonen für Götter hielten, ergriffen drastische Maßnahmen, um Ramses sterbliche Überreste vor der Entweihung zu schützen. Zusammen mit der Mumie seines Vaters, Setos I. und vielen anderen Königen, wurde Ramses Mumie heimlich in ein sehr altes, lange unbeachtetes Grab gebracht, das gut einen Kilometer außerhalb des Tals der Könige liegt. Hier wurde der Leichnam eines der größten Pharaonen Ägyptens kurzerhand mit anderen königlichen Mumien übereinander gestapelt. Diese geheime Ruhestätte war nah und doch so fern von dem Ort, der so üppig ausgestattet worden war, um seinen Leichnam aufzunehmen. Sein ursprüngliches, großartiges Grab blieb verlassen und ungeschützt zurück. Zu allem Übel drangen in den Jahrhunderten, nachdem die Mumie des Pharaos herausgeholt worden war, die seltenen Wüstenunwetter hier ein und füllten das Grab mit Wasser. Die wunderbaren Gemälde und Reliefs, die einmal jede freie Fläche hier bedeckten, wurden vernichtet. Gipsfiel von den Wänden, Steinreliefs zerbrachen und hereingeschwemmter Schutt füllte langsam das Grab vom Boden bis zur Decke. Bei der Entdeckung des Grabes fand man kaum noch Platz, um hineinzukommen. Schließlich wurden 1881, nach über 3000 Jahren, die versteckten Mumien in dem geheimen Grab vom deutschen Museumskonservator Emil Brucksch wiederentdeckt. Der Verbleib von Ramses sterblichen Überresten war also kein Geheimnis mehr. Aber in dem geheimen Versteck der Mumien oder in Ramses Grab wurde nichts gefunden, das das Geheimnis der verschwundenen Söhne des großen Königs gelüftet hätte. Wie konnten diese Prinzen, deren Existenz so sorgfältig dokumentiert worden war, einfach aus der Geschichte verschwinden? Es sollte über 100 Jahre dauern, bis man eine Antwort darauf fand. Alle scheint darauf hinzuweisen, dass Ramses Söhne vielleicht die ganze Zeit nur einen kurzen Fußweg entfernt vom Grab ihres Vaters begraben waren. Wenn man aus dem Grab Ramses II. kommend ins Tal der Könige geht, sieht man, dass er nicht allein war. Es gibt noch 61 andere Gräber hier. Wenn man dort hinauf geht, kommt man zum legendären Grab Tutanchamuns. Setos, der erste Ramses Vater ist dort beerdigt. Mernetta, sein Sohn, liegt gleich um die Ecke. Aber wo sind die Gräber der vielen anderen Söhne Ramses II.? Nun, knapp 30 Meter von hier liegt doch drüben das Grab Kings Valley Nummer 5. Und im KV 5 könnte die Antwort auf diese Frage zu finden sein. 1825 betrat der Ägyptologe James Burton das Grab. Er erklärte es für unbedeutend. Später wurde dieses ganze Gelände hier unter Tonnen von Geröll begraben. Touristenbusse fuhren ganz nah daran vorbei. 1987 fand der amerikanische Ägyptologe Kent Weeks den Eingang zum Grab. Als er endlich hineinkam, machte er eine Entdeckung, welche die wichtigste seit Tutankhamun sein könnte. Zum ersten Mal seit über 3000 Jahren schien die Welt der Lösung des Rätsels, um Ramses II. verlorene Söhne, näher zu kommen. 450 Jahre lang wurden Ägyptens Pharaonen in einem abgelegenen Wüstental beerdigt, um sie vor Grabräubern zu schützen. Es ist unter dem Namen Tal der Könige bekannt. Hier wurden 62 Gräber in den Kalkstein gegraben. Diese unterirdischen Paläste 2. 3.